Thank God it's Friday, Bitches! Yes, endlich ist Wochenende und zu diesem Anlass gibt es heute, nachdem ich so circa fast komplett fertig bin mit meiner neuen Wohnung, den ersten Single-Livestream und nicht nur das, sondern wir feiern heute auch noch ein richtig krasses Comeback und alle, die heute Abend nicht dabei sein können, müssen keine Angst haben, denn das wird auch hier auf YouTube hochgeladen, denn heute Abend gibt's das Comeback von Skyrim! Ganz richtig, ich möchte heute im Livestream Skyrim spielen. Na, wenn das mal nicht geil ist. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr heute Abend dabei seid. Link zu Twitch unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns. Start ist 19 Uhr. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss!